Ja, was ist nun kaputt? Jetzt baut er Heinrichs auch noch seinen PC selber. Was es damit auf sich hat und warum das auch für euch interessant sein könnte, erfahrt ihr hier in diesem Video. Also, los geht's! Als ich die ersten Bilder auf meinen Insta-Stories gepostet habe, wo zu sehen war, dass ich mir einen neuen PC zusammenbaue, da kamen die ersten Kommentare, was ist los, bist du unter die Gamer gegangen und warum hast du dir so einen Rechner selber gebaut? Ja, ich bin auch Gamer, das vorneweg. Ich zocke gerne und dafür wird der Rechner auch verwendet. Aber ich habe im Zuge dieses Zusammenbaus recherchiert, war in verschiedenen Foren unterwegs, hier ein ganz fettes Lob an die Jungs und Mädels von Computerbase die haben mir echt super weitergeholfen. Fast keine Frage blieb da offen oder eigentlich blieb keine Frage offen. Und war auch auf YouTube viel unterwegs mit so Bauvideos oder generell was so PC-EDV-Gaming angeht. Und da ist mir auffallend, dass es ganz viele Bildvideos gibt, wo User ihren PC, wo man sieht, wie der PC zusammengebaut wird, aber immer so mit dem Fokus auf Gaming. Und da ist es wahrscheinlich auch am verbreitetsten. Aber ich habe früher, also als ich noch Windows verwendet habe vor meiner Werkzeit, habe ich mir meine PCs eigentlich immer selbst gebaut. Und ich habe mir dann gesagt, warum gibt es sowas nicht für Fotografen, dass man mal darauf eingeht, welche Komponenten sind denn eigentlich wichtig für Fotografen, wenn ich mir so einen Rechner zusammenbaue und eins vorneweg. Ich kann euch nur animieren. Es macht riesen Spaß, sich so einen Rechner selbst zusammenzubauen. Und wenn so ein, ja, Idiot wie ich sozusagen, was technische Dinge angeht, sich so einen Rechner selbst zusammenbauen kann, dann schafft ihr das auch. Also vielleicht ist es ja für den einen oder anderen eine Inspiration für euch. Also, ich möchte mit euch jetzt die einzelnen Bauteile so ein bisschen durchgehen. Was habe ich verbaut und warum habe ich es verbaut? Und damit ihr nicht nur immer meine hübsche Visage hier im Bild seht, bekommt ihr ein Overlay, so ein bisschen Making-of-Video von meinem Zusammenbau. Und ich würde sagen, fangen wir an. Gehäuse ist Geschmackssache. Definitiv, da brauchen wir aber auch nicht ganz groß drüber reden. Bei mir soll der Rechner auf dem Schreibtisch stehen und mein anderer Rechner, der B100 von MSI, mit dem ich ja nach wie vor arbeite, der ist weiß, also blieb nur ein weißes Gehäuse. Und das einzige weiße Gehäuse, das mir gefallen hat, das genug Platz hatte, das einen guten Airflow hat und das vor allem nicht so viel Schnickschnack hat, war das Fractal Design 7. Und das ist mein Gehäuse geworden. Und dann ist also die große Frage, die zunächst in den Raum steht, willst du ein Intel-System oder willst du ein AMD-System? Und ich habe mich dann relativ schnell für AMD entschieden, denn bei Spielen ist es gar nicht mal so entscheidend, wie viel Kerne dein Prozessor hat. Willst du aber Videoschnitt noch machen oder Bilder bearbeiten oder, 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 dann kann es je nach Anwendung durchaus wichtig sein, wie viel Kerne dein System hat. Und bisher war es immer so, dass Intel in der Single-Core-Performance, also der Performance in einem einzigen Rechenkern immer deutlich über AMD war. Deswegen wurde es auch oft für die Spiele verwendet. Aber AMD war dafür bekannt, gerade was diese bei Anwendungen, die mehrere Kerne eben brauchen, wie vor allem Videoschnittprogramme zum Beispiel, deutlich besser zu sein, weil es einfach mehr Kerne in ihren CPUs haben. Mit den neuen AMD-CPUs hat sich so ein bisschen geändert. Deswegen habe ich auch relativ lange gewartet, als ich gehört habe, dass die neu auf den Markt kommen. Und deswegen ist es ein AMD 5900X geworden. Eine brachiale Rechenleistung, auch im Single-Core inzwischen über den Intel, zumindest über den aktuellen, die neuen, die kommen sollen im nächsten Frühjahr. Die werden wieder über AMD liegen, so die Gerüchte. Aber aktuell, sagen wir mal, was Leistung und auch was Preis-Leistung angeht, sind die AMD-CPUs überlegen. Deswegen habe ich mich für ein AMD-System entschieden. Ob es jetzt für euch unbedingt der 5900X sein muss oder ob es vielleicht auch die Generation vorher wie der 3900X, der immer noch eine ganz tolle Rechenleistung, gerade im Hinblick auf Videoschnitt und so weiter hat, weil er eben auch diese vielen Kerne hat. Das ist einfach eine Preisfrage, wie viel ihr investieren wollt. Daraus ergab sich dann letztendlich ein Mainboard. Ich habe einen X75 gewählt, in dem Fall von MSI des Unify. Warum dieses? Ganz einfach. Ich wollte eine zukunftssichere Basis, sprich, das Board unterstützt PCI 4.0. Auch wenn, kommen wir später noch dazu, ich es im Moment noch nicht so ausnutze, zumindest nicht, was meine Festplatte angeht. Und was mir vor allem wichtig war, ist die Konnektivität. Und das ist was, wo oft, habe ich gemerkt, viel gespart wird. Das heißt, es fehlt an USB-Anschlüssen hinten oder der LAN-Port ist nur ein Gigabyte schnell. Da kann man jetzt sagen, okay, was brauchst du? Einen LAN-Port, der schneller ist wie ein Gigabyte, weil mehr kriegst du von der Telekom ja auch nicht. Ich habe Glasfaser, ich habe also eine 500er Glasfaser, deswegen habe ich es nicht. Aber in dem Rechner steckt nur einer NVMe-SSD für die Programme und so weiter. Meine Daten liegen alle auf dem Server und der ist in einem anderen Raum und der ist über ein LAN-Kabel verbunden. Und ich habe überall 2,5 Gigabit-Switches verbaut. Also wollte ich natürlich auch, dass mein Rechner das unterstützt. In dem Fall habe ich mich dann für das Unify entschieden. Warum das Unify und nicht die anderen? Ganz einfach, das hat keine LEDs dran. Das ist einfach ein schickes, schwarzes Board. Mein Rechner ist trotzdem bunt geworden, aber ich wollte nicht, dass zu viele Einzelkomponenten hier blinken. Gut, also jetzt haben wir schon den Prozessor und das Mainboard. Beim Mainboard, wie gesagt, das ist einfach auch eine Geschmacksache, da kann man natürlich auch viel Geld sparen. Und man sagt, ich brauche nicht so viele USB 3.2-Anschlüsse hinten, man tut es auch weniger oder ich arbeite sowieso mit externen Hubs. Auch da kann man natürlich Geld sparen, wenn man möchte. Das nächste, was sehr wichtig ist für uns Fotografen auch, ist die Grafikkarte. Hier habe ich eine MSI Gaming Trio 3080. Auch da könnte man wieder sagen, hey, Overkill, du bist doch kein Zocker. Ja, fürs Zocken macht es natürlich Spaß mit dieser Grafikkarte. Ich kann im Prinzip alle aktuellen Spiele auf hohen Einstellungen spielen. Aber, und das ist eben auch ein Punkt, den viele unterschätzen, Grafikkarten werden immer wichtiger, auch was das Thema Bildbearbeitung und Videoschnitt angeht. Viele Programme nutzen die Grafikkarte, um Prozesse zu berechnen. Und deswegen ist eine schnelle Grafikkarte, am besten noch kombiniert mit einem großen Speicher auf der Grafikkarte, Gold wert, wenn es um das Thema Video rendern, 4K rendern, aber auch komplexe Bildbearbeitung oder Arbeiten mit Lightroom zum Beispiel. Auch in Lightroom gibt es diese Grafikkartenbeschleunigung. Und deswegen ist eine Grafikkarte nicht nur unbedingt wichtig für Gamer, sondern rumgedreht. Gaming-Grafikkarten sind auch für uns Fotografen oder Videofilmer eine sehr, sehr gute Investition, was einfach das Arbeiten deutlich leichter macht und das Rendern eines Videos deutlich, deutlich schneller macht. Also deswegen nicht zu unterschätzen. Nun, ein Punkt, den konnte ich jetzt noch nicht ganz verifizieren, da wäre es vielleicht gut, vielleicht weiß es der ein oder andere von euch. Ich habe noch keine genaue Aussage von Adobe. Laut Aussage von MSI habe ich wiederum zum Beispiel, dass die neuen Neuralfilter von Photoshop zum Beispiel die Raytracing-Shader der Grafikkarten nutzen. Das heißt, dass sie mit der neuen Generation deutlich effizienter arbeiten als mit der alten Generation. Aber das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen. Das war nur meine Info, die ich von MSI habe. Von Adobe habe ich in der Richtung keine Info bekommen. Ja, wie gesagt, was das stimmt, weiß ich nicht. Aber was definitiv stimmt, ist, dass die Grafikkarte, je besser sie ist, je schneller sie ist, je mehr Speicher sie hat, umso schneller wird auch eure Arbeit in Premiere, DaVinci, Lightroom und Co. werden. Also das ist ganz wichtig. Dann kommen wir zu den anderen Specs, die jetzt, was die Performance angeht, nicht ganz so eine große Rolle spielen. Zum Beispiel der Arbeitsspeicher. Da gibt es gerade bei Computerbase zum Beispiel auch eine Riesendiskussion und hier noch eine Nanosekunde mehr Latenz und wie auch immer. Letztendlich habe ich für mich entschieden, dass sich Latenzen im Nanosekundenbereich wahrscheinlich nicht so extrem auf meine Arbeit auswirken. Also genauer gesagt, sie wirken sich aus, wenn man mit sehr, sehr großen Dateien arbeitet. Wenn man mit vielen Kleinen arbeitet, ist die Latenz oder die Geschwindigkeit des Speichers nicht ganz so entscheidend. Ich habe mich jetzt für den DDR4-Ram mit 3600 Hertz entschieden. Das ist sowohl der Sweetspot für den Prozessor, wo er problemlos arbeitet. Und was ihr da beachten solltet bei der Kombination Mainboard und Speicher ist, dass ihr das sogenannte XMP-Profil des jeweiligen Arbeitsspeichers aktivieren könnt. Das bedeutet, dass normalerweise, wenn ihr den Speicherriegel einfach so einsteckt, arbeitet er, würde er in meinem Fall jetzt nicht mit 3600 arbeiten, sondern nur mit der Hälfte mit 1800. Und erst wenn ihr das sogenannte XMP-Profil, das sozusagen einer vom Hersteller schon verifizierte und bestätigte Übertaktung freischaltet, dann arbeitet er mit den nominellen 3600 Hertz, die eben auf der Verpackung aufgedruckt sind. Und da solltet ihr gucken, unterstützt es auch das Mainboard respektive der Prozessor. Und das ist in meinem Fall der Fall, deswegen ist es jetzt hier 64 GB 3600er RAM von Crucial geworden, der Ballistix. Warum 64 GB? Ich habe vorher mal mit dem P100 getestet, habe ein 4K-Video rendern lassen, habe gleichzeitig ein Lightroom-Vorschauern rendern lassen. Und da waren die 64 GB, die ich auch da drin habe, waren zur Hälfte belegt. Also ich glaube, es waren irgendwie so 35 GB, die beansprucht wurden durch die beiden Programme. Und nachdem ich da auf der sicheren Seite sein wollte, habe ich hier 64 GB eingebaut. Festplatte habe ich ja vorhin schon erwähnt, habe ich, das ist auch genial, wenn ich das mit früher vergleiche, wo man immer große Festplatten da im Gehäuse einbauen musste, habe ich eine NVMe SSD genommen, dem von der 2 TB. Hier eine PCI 3.0. Warum? Weil ich finde, dass aktuell vom Preis-Leistungs-Verhältnis her PCI 4.0 SSDs einfach noch zu teuer sind. Und ich wollte einfach diese 2 TB haben, von der Größe her, um auf der sicheren Seite zu sein und für später. Ja, Kühler, habe lange rum überlegt, Wasser, nicht Wasser. Habe ich dann doch für Luft entschieden, aus Geräusch und auch Fehlergründen. Wenn man halt nicht nur Lüfter drin hat, sondern eben auch nur eine Wasserpumpe, die kann lecken oder was es auch geben kann, ist, dass einfach das Mittel sich zusetzt, was da drin zirkuliert. Wie auch immer. Außerdem hat man natürlich auch noch das Geräusch von der Pumpe. Also, wie auch immer, ich habe mich für den größten Lüfter entschieden, den ich so finden konnte. Nein, der Noctua D15, nee, 15DS, so heißt der genau, ist ein großer Lüfter, aber er ist auch super leise, weil ich ihn einfach mit niedrigen Umdrehungszahlen fahren kann. Und ja, auch die übrigen Gehäuselüfter habe ich dann ausgetauscht, um hier wirklich ein möglichst leises Arbeiten zu haben, weil er steht direkt hinter mir. Und wenn ich direkt neben dran sitze und normal damit arbeite, höre ich nicht. Wenn ich damit game, dann springen die Lüfter an, dann gehen sie auch ein bisschen höher. Aber noch nicht so, dass es mich großartig stört. Vom Airflow her habe ich es so gemacht, es sind vorne zwei, die einen Intake machen, also die Luft reinziehen, im Boden einer, der reinzieht. Und dann habe ich nach oben drei, die rausblasen und nach hinten nochmal einen, die rausblasen. Und das heißt, ich habe einen leichten Unterdruck drin. Das heißt, ich kriege die warme Luft sehr schnell raus, was ich auch an den Temperaturen merke. Andere behaupten, er kriegt dadurch natürlich auch mehr Staub rein. Ja, aber ich habe ja noch die Staubfilter vor den Gittern, von daher mache ich mir da aktuell nicht so wahnsinnig viele Sorgen. Bisschen Farbe wollte ich drin haben, weil er ja eben auch als Dekoobjekt auf meinem Schreibtisch steht. Deswegen habe ich mir noch die Phanteks Halo gekauft. Das sind im Prinzip LED-Ringe, die man auf die Lüfter vorne dran macht, weil eben die Noctua nicht belüftet sind. Aber hier war mir eben die Performance wichtiger wie das LED. Und das LED, wie gesagt, kann man so noch hinbringen. Ja, alles in allem natürlich kein günstiges System, so wie ich mir es hier gebaut habe. Aber wenn ich es zum Beispiel mit Produkten aus den Fertigprodukten oder auch Produkten von Apple vergleiche, habe ich hier, was die Preis-Leistung angeht, glaube ich, immer noch eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Ich blende euch gerade nochmal auch die Performance-Werte ein von so einem Benchmark. Und das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Und deswegen, ich bin super happy damit. Und fasse nochmal ganz kurz für euch zusammen, wer hier noch ein paar schöne Bilder seht aus meinem laufenden Rechner. Und ja, der Stormtrooper musste da rein. Prozessor für Fotografen wichtig, eher mehr Kerne und dafür eine etwas geringere Rechenleistung, sage ich mal. Wenn beides hoch ist, ist es natürlich umso besser. Deswegen AMD-System in dem Fall bei mir. Grafikkarte solltet ihr darauf achten, dass sie einen großen Speicher hat, dass sie schnell ist, dass sie vielleicht auch noch Raytracing hat. Deswegen bin ich bei den Nvidia-Karten gelandet. Ob jetzt eine 360, 3060, eine 3070 oder 3080, ist dann einfach eine Frage des Geldbeutels sozusagen. Aber das ist das, was ich aktuell empfehlen würde. Der Arbeitsspeicher macht die Taktrate nicht so wahnsinnig viel aus. Der Speicher für Spiele ist eigentlich fast egal, weil die brauchen nicht so viel Arbeitsspeicher. Wenn ihr hingegen mehrere, zum Beispiel Adobe-Programme zeitgleich bedienen wollt, dann ist 32, besser noch 64 GB eigentlich so das, was ich einbauen würde. Ja, und dann kann ich eigentlich nur sagen, versucht doch mal selbst euch dran. Es macht tierisch, tierisch Spaß. Und ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eins muss ich noch sagen. Ich habe natürlich, ich habe damit gerechnet. Ich habe ihn angeschaltet und er war schwarz. Und dann habe ich natürlich, ich habe gesagt, bin halt ein Nerd in der Hinsicht oder ein Quatsch, ein Nichtkönner, muss ich ganz ehrlich sagen. Nerd ist das andere. Habe ich den Fehler immer bei mir gesucht. Habe alle Kabel überprüft. Aber das hat alles gepasst. Hat alles gestimmt. Und dann habe ich gedacht, na vielleicht, ganz brandneuer Prozessor, brandneue Grafikkarte, vielleicht ist irgendwo da noch eine Inkompatibilität. Und habe bei MSI angerufen, liebe Grüße an den Wolf, der mir da geholfen hat. Total genial bei dem MSI Unify. Ich weiß nicht, welche Mainboards es auch ansonsten haben. Kannst du ein Update des BIOS machen, ohne dass du einen funktionierenden Prozessor drin hast. Da gibt es hinten einen USB-Port, der ist genau dafür da. Und dann kannst du ja das neue BIOS von der Homepage runterladen, auf einen USB-Stick tun, hinten einstellen. Und dann macht das Board quasi vollkommen alleine, ohne einen funktionierenden Prozessor. Was ich, keine Ahnung habe, wie es geht, aber ich finde es sehr erstaunlich. Macht es ein BIOS-Update. Und danach lief das Ding wie sau. Also wie gesagt, noch ein weiterer Pluspunkt für das Unify ist tatsächlich diese Möglichkeit, ein BIOS-Update zu fahren, auch wenn der Prozessor nicht drin ist. Einfach hinten über einen separaten USB-Port und einen Knopf, der da verbaut ist, auf den ich einfach drücke und dann wird ein BIOS-Update gemacht. Finde ich total genial. Und nochmal danke an MSI für die Hilfe. Ich glaube, da wäre ich jetzt auf die Idee nicht gekommen. Ich habe mir schon überlegt, wo kriege ich einen Prozessor her, den ich einbauen kann, damit ich ein BIOS-Update fahren kann. Aber gut, läuft alles. Ich bin super happy. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich auf irgendwas nicht eingegangen bin, was ihr noch wissen wollt, schreibt es in das Video. Zum Schluss nochmal, wie gesagt, ganz lieben Dank an die Jungs und Mädels von Computerbase. Ein tolles Forum, wenn es um das Thema PC-Bau, hauptsächlich natürlich auch Gaming, aber generell alles, was PC und EDV angeht. Vielen Dank für eure Hilfe. Und in diesem Sinne, wie gesagt, wenn Fragen sind, unters Video posten und jetzt Glocke abonnieren. Nee, andersrum, erst abonnieren und dann die Glocke. Und ihr wisst schon, liken, kommentieren. In diesem Sinne, ihr habt dieses Jahr super gut angefangen damit. Bleibt dabei, bringt uns alle weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Ciao.